Bewegung in Berlin 3, wir lernen Deutsch oder Bewegung in Berlin 3, Victor lernt Deutsch. Aber mir gefällt zum Deutsch lernen. Ja, dann nimm halt zum Deutsch lernen. Aber viele Deutsche haben gesagt, das ist viel ein bisschen, wenn ich zum geschrieben habe. Klingt nicht so wirklich elegant. Ich wünsche auch viel Glück dir mit deinem neuen Film Bewegung in Berlin 3. Zum Deutsch lernen. Und alle zusammen zum Deutsch lernen. Ich verstehe nicht. Hör doch mal hin. Das ist alles gut. Ist nicht mehr. Vielen Dank.